Wo bekomme ich denn hier einen neuen doppelten Cheeseburger? Sie sind nicht zum Essen hier, Herr... Rufus T. Feuerflieg, Anwalt, DJ und Model. Und Sie sind... Amalia von Tanzweig, Hexe 12. Grades und erste Richterin des Europäischen Hexengerichts. Na gut, wenn Sie keinen Cheeseburger haben, bitte einmal das Europäische Hexengericht. Sollte das gerade so etwas wie ein Witz sein? Na, haben Sie denn gelacht? Hörten Sie mich denn lachen? Ja, vorhin durch die Tür. Klang ein wenig bemüht für meinen Geschmack. Bemüht? So, so. Na, vielen Dank. Herr Feuerflieg, vielleicht wäre es ausnahmsweise ganz gut, wenn Sie nicht alles und jeden um sich herum beleidigen würden. Womit habe ich dich denn beleidigt? Ich meinte nicht mich, sondern die Richterin. Wenn die halt angefangen hat mal nämlich. Habe ich gar nicht. Immer einmal mehr wie du. Spiegel. Vlarat, was ist das für eine Richterin? Eine, die selbst unserem irren Anwalt spielend gewachsen ist. Oh, verdammt. Das ist das Schiene. Ja, das ist das, was ich. Ich mache nicht, weil du sie nicht um das, was ich mir geht. Also, ich mache das für ein bisschen. Ich mache es. Ich mache es.